Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre wie Flippers, was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch die Lieblingsbücher? Meine Damen und Herren, willkommen zu diesem neuen, kleinen, feinen Mini-Video. Und zwar ist es der 1.6. und am 1.6. hatte ich ja gesagt, wir machen die Auflösung. Und ich möchte gerne heute mit euch den Gewinner küren, der dieses fabelhafte Poster, dieses fabelhafte Poster hier gewinnt. Und wer das sein wird, seht ihr jetzt in diesem Video. Den Gewinner wünsche ich schon mal viel Spaß mit dem Poster. Schreibt mir bitte noch in die Kommentare, dass du dieses Video gesehen hast, mit einem Kommentar. Und schreibt mir dann über Instagram oder Facebook gegebenenfalls seine Adresse und Co., ob du es signiert haben möchtest oder nicht. Und wenn euch so ein Gewinnspiel gefällt, ich habe noch ein zweites Poster da. Hatte ich ja auch schon gesagt. Das wäre das zweite Poster. Wenn ihr Bock habt, wird es beim nächsten Mal zu gewinnen geben. Wann das soweit sein wird, sage ich euch Bescheid. In diesem Sinne danke ich jetzt schon mal fürs Reinschauen. Und viel Spaß mit dem Poster, mein Lieber. Hau rein. Bis dann und ciao, ciao. Jetzt sitz ich in deiner Proletenkarre und mach einen Abgang, du. Bis dann, bis dann.